Die Stadt Rottenburg hatte aufgrund der Corona-Pandemie das beliebte Neckarfest absagen müssen. Bereits in der letzten Woche stellten die Verantwortlichen die Aktion Neckarfest at Home vor, wir berichteten, bei der das Neckarfest auch zu Hause erlebbar gemacht werden soll. Nun bietet die Stadt zusätzlich schwimmende Floße als Event-Locations zum Mieten an. Die Party-Floße inklusive Catering können für verschiedene Zeiträume, jeweils für drei oder vier Stunden, für zehn oder 20 Personen gemietet werden. Mehr Informationen dazu und zu den Neckarfest-Angeboten für zu Hause